und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft ja das war jetzt kein command aber eine creation nein ich mache nicht das war phoenix nach das ist halt eine kreation und das mit meinem neuen skin da komme ich aber nächsten tage noch mal drauf gut die map ist von mc expert gebaut und wir drücken einfach mal auf den knopf warum passiert ja nix ach da jetzt endlich ist ein selbst bauendes haus ich muss auch immer schön suchen also habe ich die partie klaus oder warum hat man jetzt das knochenmehl nicht gesehen da kam gerade aus dem block das raus und im hintergrund ist das geikau grad hallo ach genau jetzt das wasser sand meine ich und schon gut aus dem sand ich werde auch das video von mc expert wahrscheinlich hier oben jetzt verlinkt haben oder vielleicht auch hier ich muss noch mal gucken man die sachen kommen ja nicht wirklich in die kiste schade ich habe schon gedacht jetzt jetzt wird es genial jetzt jetzt sind die sachen ja auch drin das hat sich irgendwie er kommt jetzt aus normalerweise würden jetzt der darf nur noch ins Haus rennen ich gehe jetzt einfach mal rein na du kleiner süßer na du naja ah jetzt endlich dann würde ich sagen zeige ich euch im nächsten Video wie das ganze hier geht und jetzt resetten wir das ganze mal das muss man nicht verstehen und dann wenn man hier jetzt aufdrückt passiert das ganze wieder ja würde ich sagen verlinke ich euch das Video von MC Expert einmal hier oben irgendwo in der Ecke und natürlich auch in der Videobeschreibung schaut mal vorbei liked es auch ruhig und ja würde ich sagen Making of kommt nächste Tage bis zum nächsten Mal und ciao ciao